Als Animator haben Sie die Aufgabe, Dinge zu bewegen. Dafür ist es wichtig zu wissen, wie sich etwas bewegt. Unser erstes Gesetz der Bewegung lautet, ein ruhendes Objekt bleibt in Ruhe. Das heißt, ein Objekt steht so lange still, bis es von etwas in Bewegung versetzt wird. Einmal in Bewegung bewegt es sich weiter, bis eine andere Kraft darauf einwirkt. Kräfte erzeugen also Bewegung. Das zweite Gesetz lautet, wenn eine Kraft auf ein Objekt wirkt, ändert sich dessen Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeitsänderung heißt Beschleunigung. Beschleunigung kann in beide Richtungen wirken. Sie können etwas beschleunigen und damit schneller machen, oder die Beschleunigung wirkt entgegengesetzt und das Objekt wird gebremst. Wenn ein Objekt beschleunigt, bewegt es sich immer schneller und schneller, bis die Kraft entfernt wird. Kräfte können auch bewirken, dass sich ein Objekt in eine andere Richtung bewegt. Und sobald die Kraft zu wirken aufhört, bleibt das Objekt in Bewegung und das erste Gesetz tritt in Kraft. Das Objekt bewegt sich bei konstanter Geschwindigkeit in gerader Linie. Das dritte Gesetz der Bewegung lautet, jede Kraft hat eine Gegenkraft. Wenn ich etwas schiebe, schiebt das Objekt zurück. Auf jede Aktion gibt es also eine gleiche Reaktion. Nehmen Sie zum Beispiel ein Objekt, das ein anderes berührt. Das Objekt in Bewegung übt eine Kraft auf das ruhende Objekt aus und beschleunigt es, sodass dieses sich bewegt. Aber auch das Originalobjekt bekommt einen Stoß von seinem Zielobjekt und bewegt sich ebenfalls von ihm weg. Die Distanz, um die sich das Originalobjekt zurückbewegt, hängt von seiner Masse ab. Je schwerer das Objekt ist, desto weniger bewegt es sich. Es sind also Kräfte, die ein Objekt bewegen. Objekte werden durch Krafteinwirkung beschleunigt und sie reagieren auch darauf, indem sie ihrerseits Kraft zurückgeben. Schwerere Objekte können einer Kraft stärker widerstehen.